Endlich dürfen unsere Jungs wieder trainieren und schon bald gehen sie auf Punktejagd. Und genau aus diesem Grund habe ich heute unseren Sportdirektor Markus Katzer zur Vienna T-Time eingeladen. Mecki, Servus, schön, dass du da bist. Hallo, freut mich. Ja, endlich geht wieder alles auf. Wie hast du trotzdem diese schwierige Zeit, die letzten Monate erlebt? Naja, sehr, sehr herausfordernd. War natürlich unheimlich schwierig. Erstens einmal sind wir lange in der Luft gehangen. Spielen wir weiter, spielen wir nicht weiter? Ob und wann spielen wir weiter? Ja, somit war es halt auch dementsprechend schwierig, was die Planung betrifft. Was machst du mit den aktuellen Spielern? Was sagst du denen? Wo spielen wir in welcher Liga? Wer würde in der Wiener Liga noch weiterspielen oder sich dann verändern wollen? Also das war schon herausfordernd, schwierig. Ich glaube, wir sind trotzdem ganz gut drüber gekommen. Auch gerade was das Training betrifft. Wir haben über 400 Einzeltrainings gemacht, also im Rahmen des Erlaubten, haben wir uns da immer bewegt. Und ich glaube, dass die Spieler, das merkt man jetzt schon nach den ersten Tagen, einfach wirklich in einem tollen und guten Fitnesszustand sind. Und ja, das stimmt mich optimistisch. Es wird weitergespielt, obwohl es jetzt gerade regnerisch ist. Aber die Sonne scheint über die hohe Warte. Wir sind froh, dass wir trainieren dürfen, dass wir wieder Fußball sieht und auch spielen dürfen. Und freuen uns jetzt auf die letzten Runden. Wie geht es dir persönlich? Wie hast du durch die Zeit bestritten? Auch nicht so einfach? Ja, ich bin generell ein Mensch, der die Dinge so annimmt, wie sie sind. Dinge, die man nicht verändern kann, über die will ich mich nicht aufregen. Aber ich muss ehrlich gestehen, dass gerade jetzt zum Schluss raus, das schon immer zacher war. Also jeder will gerne mal essen gehen. Das ist mir gar nicht so abgegangen. Im Nachhinein jetzt schon ein bisschen. Also wenn ich jetzt in ein Restaurant gehe, merke ich schon, wie schön das sein kann. Aber sonst habe ich halt versucht, viel Sport zu machen. Ich habe mir alles, was man im Freien machen kann, gemacht. Viel spazieren gehen. Aber ich bin auch jetzt froh, dass es jetzt Öffnungsschritte gibt und dass die Normalität langsam und hoffentlich zurückkehrt. Ja, die erste Vienna TITAM, die wir gemeinsam bestritten haben, ist, glaube ich, schon über ein Jahr her. Da hast du mir, Markus, auch gesagt, dass du deine Kochkünste verbessern möchtest oder schon verbessert hast. Wie ist denn dieses Thema ausgegangen? Naja, ich habe schon immer wieder versucht, da dran zu bleiben. Aber die Euphorie am Anfang ist dann auch relativ schnell abgeflaut. Hat aber auch mit dem zu tun, dass ich in der ersten Lockerung letztes Jahr eine ganz liebe Frau kennengelernt habe, die sehr gut kochen kann. Und somit ist das eine mit dem anderen verschwunden. Oha, schau, was man da alles erfährt. Das finde ich aber nett. Ja. Schön. Und er streut. Ich sehe jetzt alles. Also das finde ich jetzt schön. Hoffentlich bleibt das so toll, 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 dass diese Beziehung auch weiter fortgeht. Und so wie du jetzt streust, ist das eine gute Geschichte. Das freut mich sehr. Gehen wir zurück zur Mannschaft. Die ersten gemeinsamen Trainingseinheiten haben stattgefunden. Du hast gesagt, sie haben sich sehr individuell und in Einzeltrainingsfit gehabt. Beim ersten gemeinsamen Training, was hast du gesehen? Was war zu beobachten? Naja, natürlich hat man wahrgenommen, dass in den letzten Wochen kein Mannschaftstraining möglich war. Aber das ist so, wie wenn die Spieler vom Urlaub zurückkommen, die zwei, drei Wochen jetzt kein Mannschaftstraining hatten, dass es einfach am Anfang schon ein bisschen ungewohnt ist. Das hat man schon gesehen. Was mich sehr optimistisch stimmt, ist, dass ab dem zweiten, dritten Training das überhaupt nicht mehr zu sehen war. Und ich muss auch sagen, das ist wirklich jetzt nichts Negatives, sondern eine völlig normale Sache. Und körperlich wirklich in einem Top-Zustand hätte ich mir so nicht erwartet. Sicher gewünschen, aber nicht erwartet. Und somit sind wir, glaube ich, ganz gut vorbereitet. Wir haben jetzt am Wochenende noch kein, machen wir ein internes Spiel. Nächste Woche haben wir ein Freundschaftsspiel gegen einen Wiener Ligisten, gegen den wir schon gespielt hatten. Und dann kann die Reisterschaft losgehen. Also Stand heute bin ich sehr optimistisch und sehr zufrieden, was den Zustand der Mannschaft betrifft. Zusammengefasst, die Jungs sind im Soft, oder? Kann man so sagen. So kann man sagen, ja. Bravo, das freut mich. Fünf Runden stehen dann noch aus. Fünf Spiele. Es werden eigentlich alles Endspiele, die da zu absolvieren sind, oder? Ja, das sind Endspiele. Ich meine, das ist natürlich ganz eine spezielle Situation. Ich glaube, es wurde keine Meisterschaft, zumindest sofern ich mich erinnern kann, so zu Ende gespielt, wo man wirklich sagen kann, okay, irgendwie startet sie neu und ist sie ja schon passiert. Ja, zumindest bei Spielen. Das heißt, man hat irgendwie das Gefühl, man hat jetzt fünf Spiele und das sind fünf Finale. Die wollen wir gewinnen und dann ist es vorbei. Das heißt, man kann in fünf Spielen Meister werden und wir werden alles daran setzen, dass wir alle fünf Spiele oder so schnell wie möglich es entschieden ist. Es kann nach vier Spielen sein, kann aber auch schon nach drei möglich sein. Ich glaube, dass wir gut vorbereitet sind und dass wir diese Finale auch gut und erfolgreich spielen werden. Unser Kapitän hat dazu gemeint und hat es an den Punkt gebracht. Lasst uns beenden, was wir angefangen haben. So ein Philosoph war der Irschi, habe ich gar nicht gewusst, aber es klingt gut, oder? Klingt gut, er hat auch recht. Drei, zumindest drei Heimspiele haben wir auf alle Fälle. Wie wichtig werden die Fans sein bei diesen Endspielen? Naja, man sieht es ja jetzt schon in den Stadien. Also für mich kommt es vor, wie wenn es eine fast andere Sportart ist. Ich glaube, dass die, gerade wenn man jetzt auch Ried zum Schluss gesehen hat, das letzte Spiel und auch wieder im Allianz-Stadion bei Rapid oder egal in welchen Stadien, man merkt einfach, dass diese Euphorie der Fans wieder auf die Mannschaften überschwappt. Es ist viel mehr Emotion dabei. Die Spieler freuen sich wieder mehr, wenn sie ein Tor machen. Also Fans und Fußball gehören einfach zum Fußball dazu. Und dementsprechend wird es auch wichtig sein für uns in den Spielen. Also ich freue mich schon riesig drauf. Ich glaube, dass die Jungs dann doppelt und dreifach motiviert sein werden, wenn auch Leute im Stadion sind, gerade bei unseren tollen Fans. Und ich bin mir ganz sicher, dass schon einige, wirklich, dass sich schon einige Fans richtig, richtig freuen auf die Spiele. Und dass auch wir, also wir auch darüber, dadurch auch über uns hinauswachsen können, beziehungsweise auch diese letzten Prozentpunkte zu unserem Erfolg beitragen können. Nach der Meisterschaft geht es aber dann schon relativ schnell weiter. Die erste Runde im UNI-KFB-Cup, falls wir mitspielen dürfen. Das ist wahrscheinlich auch noch nicht hundertprozentig fix bereits ab dem 16. Juli. Und dann geht es ja schon hinein. Hoffentlich, hoffentlich. Da drücken wir alle Daumen und alles, was wir zur Verfügung haben, dass es dann auch die Regionalliga Ost ist. Auch da startet die Meisterschaft relativ bald. Wie schauen da die Planungen im Detail aus? Du hast schon gesagt, du hast mit den Spielern reden müssen. Wie schaut es aus? Bleibst du? Wie kannst du das vorstellen? Und so weiter. Aber gibt es da schon einen kompletten Fahrplan bis dorthin, bis zum Start in die neue Saison? Ja, so wie ich es am Anfang schon angesprochen habe, ist es natürlich wirklich schwierig, erstens einmal mit den Spielern, den Spielern Perspektive zu geben, die wir schon haben. Aber das sind sicher auch die ersten, mit denen wir sprechen werden. Wir haben schon Gespräche geführt, gerade im Frühjahr, wo wir im Februar, März, wo wir eigentlich davon fix ausgegangen sind, dass wir weiterspielen werden. Das ist natürlich dann ein bisschen eingeschlafen, weil die Angst vor einem Nicht-Weiterspielen dann immer größer wurde. Dasselbe gilt jetzt auch mit Spielern, die wir vielleicht dazuholen wollen, um die Mannschaft wieder zu verstärken. Regionallige ist doch ein anderes Niveau, das wissen wir. Wir wollen wieder eine gute Rolle spielen oder eine sehr gute Rolle spielen. Und dementsprechend muss man sich auch darauf vorbereiten. Macht es natürlich schwierig, weil was, sage ich, ein Spieler, der zu uns kommen soll, in welcher Liga das wir spielen? Fix ist es noch nicht. Ja, wir gehen alle davon aus, aber wir müssen uns erst unsere Hausaufgaben erfüllen. Und das sind die fünf Siege in den letzten Spielen, die wir noch für diese aktuelle Saison fertig spielen müssen. Das macht es schwierig, aber wir sind voll dabei. Wir sind gut vorbereitet. Wir verbringen jeden Tag zehn Stunden damit, uns Videos anzusehen von potenziellen Spielern, die uns verstärken könnten. Das machen wir gerade. Wir führen die Spreche mit unseren Spielern und mit Spielern, die wir vielleicht dazuholen können. Also die Vorbereitungen laufen und wir konzentrieren uns voll auf Vorbereitung in der Regionalliga. Ich muss probieren, auch wenn du jetzt alles sehr, sehr, ich sage jetzt mal abstrakt dargestellt hast. Gibt es aber irgendwas Konkretes, was Namen und so weiter betrifft? Kann man da irgendwas schon verraten? Nein, kann man gar nicht. Also wir haben noch keine Spieler neu verpflichtet. Wir haben mit den Sparspielern schon im Februar und März gesprochen, aber nur was die Regionalliga betrifft. Aber das betrifft die Spieler, die wir aktuell im Verein haben. Was ich verraten kann, ist, wir wollen so viele Spieler wie möglich halten. Sie haben es richtig gut gemacht. Man hat auch im Cup gesehen, dass wir einfach eine richtig hohe und gute Qualität haben. Das ist den Spielern zu verdanken. Das hat gut funktioniert. Aber auch dem Trainerteam, das muss man auch sagen, was hervorragend funktioniert hat. Das kann man auch an dieser Stelle einmal ansprechen. Viele Stimmen waren da, was den Trainer betrifft. Aufgegangen ist es aber voll. So ehrlich muss man sagen. Und dementsprechend, glaube ich, werden wir gut gerüstet in die neue Saison starten. Aber wie gesagt, es ist uns auch wichtig, viele Spieler wie möglich zu halten. Und das geht sich alles in der Zeit aus, weil es ist ja verdammt knapp. Da gräben wir ja nicht von Monaten, sondern eigentlich bald von Wochen. Ja, geht nicht, gibt es nicht. Das ist jetzt vielleicht so eine Floskel, so wie es der Irschi verwendet hat, nur in einem anderen Bereich. Wir versuchen alles. Wir versuchen unser Bestes. Und dann wird man sehen, was dabei rauskommt. Und ich glaube, auch wenn es sehr, sehr ambitioniert ist und sehr, sehr herausfordernd, werden wir eine tolle Mannschaft nächstes Jahr sehen, der Wiener. Themenschränk. Wir feiern bald 100 Jahre hohe Warte. Die Natur-Arena, ein einzigartiger Fußballplatz, haben wir ja auch schwarz auf weiß bekommen. Welche Highlights sind dir hier, was die hohe Warte betrifft, in Erinnerung und vielleicht auch abseits des Fußballs? Naja, ich habe wirklich, muss ich ehrlich sagen, ganz, ganz viele schöne Momente erlebt. Ich habe sie schon mal auch, glaube ich, in einem anderen Team, die da einem oder in den ein oder anderen Interview erwähnt, ist eigentlich einer meiner besten Entscheidungen gewesen, zu Arena zu kommen. Mit allen Rahmenbedingungen, die die Wiener bietet. Ich habe unglaublich schöne Zeiten erlebt, unglaublich viele schöne Spiele erlebt, Regionalliga-Meister erleben dürfen. Auch dieser Abstieg und dann zweite Landesliga und dann die schwierige Zeit jetzt durch Corona. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich in den letzten Jahren schon auch ein bisschen in den Klub verliebt. Es ist etwas Besonderes für mich, da Sportdirektor sein zu dürfen. Es ist etwas Besonderes für mich, bei diesem Projekt, was es ja ist, zurück in den Profifußball, mit dabei sein zu dürfen. Und ich freue mich einfach riesig drauf und ich verbinde ganz, ganz viele schöne Momente mit der Hohenwarte. Ich frage das jedes Mal so am Schluss, da wie an der T-Time, gibt es, also meine Gesprächspartner, gibt es von dir auch einen Lieblingsplatz auf der Hohenwarte, wo du sagst, da ist ganz besonders schön, toll, außerordentlich. Also ich schaffe es immer wieder, ganz auf den höchsten Punkt zu kommen. Da ist der Blick auf die Tribüne und über Wien wunderschön. Ich glaube, wenn man sagen kann, es gibt einen schönsten Punkt, dann ist es für mich dieser. Das ist ein gutes Stichwort, weil wir haben heute schon im Vorfeld in der Vorbereitung ein bisschen drüber geplaudert, und ob wir die Wiener T-Time, wenn wieder alles offen ist, nicht in einer anderen Form aufzeichnen können. Und der Platz da oben erscheint uns natürlich alles herausragend. Und wenn wir das technisch schaffen, könnte das auch eben der Platz für die eine oder andere Wiener T-Time in der Zukunft sein. Markus, wir haben die Mannschaft beleuchtet, wir haben die 100 Jahre hohe Warte beleuchtet. Gibt es noch irgendwas, was du noch ergänzen möchtest, jetzt so auf die Schnelle, vielleicht doch ein bisschen ein Appell, dass die Leute tatsächlich kommen und die Mannschaft unterstützen? Naja, ich glaube nicht, dass ein Appell notwendig ist, weil ich mir ganz sicher bin, dass die Wiener Fans schon richtig brennen auf die ersten Spiele. Aber ich mache trotzdem einen. Also ich freue mich auf euch, auf die Fans im Stadion wieder. Ich freue mich wieder auch auf den persönlichen Kontakt, also wenn wir ganz am Anfang von Corona-Zeit und was ist einem abgegangen. Ich freue mich auch, wenn ich mit dir, Erwin, wieder T-Time persönlich machen kann, wenn Präsidium-Sitzungen wieder stattfinden auf persönlicher Ebene. Und ich freue mich auf das persönliche Treffen der Fans bei uns im Stadion und hoffe, dass sie uns tatkräftig, und das weiß ich auch, unterstützen werden, dass wir den Sack zumachen und in die Regionalliga aufsteigen. Und seit heute wissen wir auch, und damit fasse ich auch unser Gespräch zusammen, nämlich zwei Neuigkeiten, wobei eine ist nicht so neu, aber die zweite schon. Markus Katze ist doppelt verliebt. Zum einen in die Wiener, in die hohe Warte und zum anderen eine neue Partnerin hat er auch. Finde ich gut. Danke für deine Zeit. Danke, dass du bei der Vienna T-Time zum zweiten Mal zu Gast warst. Und bei euch bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und heute kann ich es wirklich sagen mit richtigem Nachdruck. Auf Wiedersehen auf der hohen Warte. Auf Wiedersehen bei unserer Vienna. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020